Musik Freut mich, dass du dich wieder auf unserem Kanal eingeschalten hast. Heute gibt es mal interne Nachrichten extra über uns selber. Uns? Damit meine ich die vielen Kinder und Jugendliche, welche du auf unserem Sender findest. Wenn du öfter JugendTV siehst, dann kennst du uns vielleicht schon und hast dir sogar schon einen Lieblingsmoderator ausgewählt. Das ist ja eine große Auswahl. Nun aber zur Sache. Zur Zeit ist es so, dass die Medien ganz schön gegen unseren Kanal wettern und Dinge sagen, die einfach nicht stimmen. Zum Beispiel behaupten sie, dass wir gezwungen werden, solche Sendungen zu machen. Woher sie das wieder haben, weiß ich auch nicht. Möchtest du darum aus erster Hand wissen, wie JugendTV wirklich funktioniert? Gut, ich sag es dir. Um wen es von den Erwachsenen oder von den Medien auch interessiert, kann gerne mithören. Wir sind nämlich eine Gruppe Jugendlicher aus verschiedenen Ländern in unserer Freizeit recherchieren, verfassen, moderieren und produzieren wir unsere eigenen Sendungen und stellen sie dann online. JugendTV besteht darum ausschließlich aus freiwilligen, aktiven Teenagern. Auch die jüngeren Kinder, die hier teilweise moderieren, wollen das aus ganz eigenem Willen tun und haben mega Spaß dabei. Wir Älteren versuchen dann mit ihnen zusammen, altersgerechte Sendungen zu gestalten. Was mal besser und mal weniger gut gelingt. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, unsere Gleichaltrigen auf Gegenstimmen aufmerksam zu machen, über die sie im Fernsehen, Radio oder in der Zeitung nichts oder einfach zu wenig erfahren. Und dies mit der Absicht, sie zu selbstständigen Denkern anzuregen. Ist doch weit besser, als ohne Hobby lustlos rumzuhängen und Langeweile zu schieben. Oder? Ja, wir von JugendTV, wir sind stolz auf unser persönliches Freizeitprojekt. Tschüss und bis bald. Apropos bald. Morgen geht's gleich bei uns weiter. Dann nimmt nämlich jemand anders Stellung zu den Vorwürfen der Medien an uns. Bis dann. Hallo und willkommen hier bei JugendTV. Wir sind die Jugend, die mitdenkt. Was denkst du? Nur mal so eine Frage. Handeln die Politiker für das Volk oder eher weniger? Dieses Zitat von dem Ministerpräsident von Luxemburg und auch Chef der EU-Länder 1999, Jean-Claude Juncker hat für mich diese Frage geklärt. Er sagte, wir beschließen etwas, stellen es dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Und es dann kein Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was beschlossen wurde. Dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Wenn man so etwas von einem Führungspolitiker hört, muss man sich doch ernsthaft fragen, was für Ziele unsere Politiker eigentlich haben. Was ist mit dem Schwur vor der Amtseintretung in allem für das Volk zu handeln? Also hier ist nichts mehr davon zu spüren, sondern vielmehr das Gegenteil. Denn wenn das, was sie beschließen, eigentlich Geschrei und Aufstände verursachen müsste, können es gar keine Beschlüsse für das Volk sein, sondern nur solche, die ihm Schaden zufügen. Doch damit ist jetzt Schluss. Wir Jugendlichen denken mit. Wenn du deinen Freunden unsere Seite zeigst, können wir gemeinsam dafür sorgen, dass solche Dinge aufgedeckt werden. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hey, cool, dass du auch heute wieder dabei bist bei JugendTV. Stell dir mal vor, deine Familie ist finanziell verschuldet. Aber ihr habt die Möglichkeit, euch zu finanzieren, nämlich durch den Verkauf von Organen. Diesen Vorschlag machte der Volkswissenschaftler Peter Operender, ein Professor der Uni Bayreuth, im Blick auf Bezieher von Hartz-IV-Leistungen. Überleg mal, wenn dieser Vorschlag umgesetzt wird, könnte es ja schon bald sein, dass finanziell verschuldete Menschen zur Organentnahme gezwungen werden. Dass es nämlich schnell vorbei sein kann mit Ethik und Moral, zeigt unter anderem das Beispiel der Euthanasie. Das meint Sterbehilfe, wie sie in Holland praktiziert wird. Dort konnte jeder Schwerkranke im Krankenhaus wählen, ob er weiterleben will oder lieber sterben möchte. Nach einer kurzen Einführungszeit trauten sich schon bald Patienten und alte Menschen kaum noch ins Spital. Denn sie konnten sich nicht mehr sicher sein, ob man sie nicht gegen ihren Willen tötet. Da sehen wir wieder, dass das Geld über der Gesundheit oder sogar über dem Leben von uns Menschen steht. Deshalb braucht es unser aller Wachsamkeit und das Aufdecken jeder Fehlentwicklung. Also hilf auch du mit und erzähl allen, was du hier bei JugendTV hörst. Also mach's gut! Hey, schön, dass ihr wieder reinschaut bei JugendTV. Sicher hat der ein oder andere von euch schon über den damaligen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy gehört. Gerade kürzlich ging ja in den Medien eine Welle herum, in der die Geschichte seines Todes vor ziemlich genau 50 Jahren behandelt wurde. Was ich euch aber jetzt erzähle, habt ihr vermutlich noch nicht gehört. Was genau war da vor 50 Jahren? Hier hat John F. Kennedy im Jahre 1963 mit der sogenannten Executive Order 1110 einen cleveren Schachzug durchgeführt. Er wollte das damals wenig vorhandene und noch silbergedeckte Geld vermehren und damit das Geld der USA unabhängig von der FED halten. Weißt du, was die FED ist? Nein, das ist eine Abkürzung für die Federal Reserve Bank. Diese ist die mächtige Zentral- und Notenbank der Vereinigten Staaten, von der wiederum viele Banken und Geldsysteme abhängig sind. Also wollte John F. Kennedy die USA aus dem Würgegriff der FED befreien und begann darum mit der Produktion. Kurze Zeit darauf, später, wurden bereits 4 Milliarden Dollar kleinerer Noten, also Geldscheine, in den gewöhnlichen Geldkreislauf eingeführt. Außerdem warteten in der Staatsdruckerei noch weitere größere Noten auf die Auslieferung. Während genau dieser Phase, als also das Geld weiter verbreitet werden sollte, wurde John F. Kennedy am 22. November 1963 ermordet und alles silbergedeckte Geld, welches bis zu diesem Zeitpunkt in Umlauf gebracht wurde, restlos aus dem Verkehr gezogen. Das ist doch krass, oder? Könnte es daher eine gewisse Verbindung zwischen Kennedys Mord und der FED geben, die allem Anschein nach für sich eine Gefahr in den Vorhaben Kennedys sah? Da stellt sich mir die Frage, was genau steckt hinter der FED und wer würde es nach Kennedys Ermordung jemals nochmal wagen, sich mit ihr anzulegen? Inzwischen feiert die FED übrigens ihr 100-jähriges Jubiläum und ist nun mächtiger als je zuvor. Denkt mal ein bisschen drüber nach, recherchiert weiter und beißt euch durch, denn Jugend denkt mit! Hallöchen, hier bei JugendTV! Du, ich habe heute ein paar kleine Fragen an dich. Du hast doch sicher schon von 9-11 gehört, oder? Damit meint man ja zu Deutsch den 11. September 2001. An diesem Tag gab es zwei Terroranschläge auf ein großes Gebäude in New York City und eins in Virginia, beides in den USA. Und zwar sind verschiedene Flugzeuge in die Twin Towers des World Trade Centers und in das Pentagon in Arlington geflogen. Ob die Hintergründe, die uns dazu in den öffentlichen Medien gezeigt werden, so richtig sind, das sollte man doch unbedingt nochmal hinterfragen. Aber jetzt nochmal zurück zum 11. September. Hast du schon mal den englischen Begriff False Flag gehört? Das heißt auf Deutsch unter falscher Flagge. Dieser Begriff wurde unter anderem von diesen Terroranschlägen in Amerika geprägt, da es ja schon verschiedene Beweise dafür gibt, dass 9-11 kein Terroranschlag im üblichen Sinne war, sondern eventuell sogar ein von den amerikanischen Politikern inszeniertes Ereignis war, das sozusagen unter falscher Flagge ausgeführt wurde. Unter falscher Flagge bedeutet also gar nichts Gutes. Es bezeichnet nämlich eine für uns nicht erkennbare Operation, meistens vom Militär oder von einem Geheimdienst, die dazu dient, dass die wahre Identität und ihre Absichten verdeckt bleiben, indem die Operation angeblich von einer anderen Partei oder Organisation durchgeführt wird. Und weißt du was? In unserer heutigen Zeit gibt es schon, ohne dass wir es wissen, viele dieser False Flag-Operationen, wie zum Beispiel in Wahrheit umweltbelastender Umweltschutz oder auch eigentlich krankmachende Gesundheitsmittel und Medikamente. False Flag zieht sich wie ein roter Faden durch unseren Alltag. Schule doch auch du dich darin, zwischen Wahrheit und diesen Täuschungen zu unterscheiden. So schwer ist das auch gar nicht, denn du hast deine Intuition und dein Herz. Und natürlich viele kleine Gedankenanstöße hier auf UNTV. Robert Louis Stevenson hat einmal gesagt, Schweigen kann die grausamste Lüge sein. Deswegen solltest auch du nicht schweigen und allen deinen Freunden und Bekannten von dem Unrecht und der Lüge in dieser Welt erzählen und dir selbst immer eine eigene Meinung zu einem Thema bilden. JugendTV hilft dir dabei. Tschüss! Hey, cool, dass du wieder dabei bist. Natürlich habe ich wieder mal ein super Thema mitgebracht, das wir uns heute gemeinsam näher anschauen wollen. Es geht um das umfangreiche und spannende Thema des Impfens. Sicherlich hast du auch bereits Erfahrungen mit Impfung gemacht und vielleicht siehst du es auch als sehr positiv an. Doch ich habe heute interessante Fakten von Experten mitgebracht, die einmal die anderen Seiten des Impfens aufzeigen. Wer erfand eigentlich das Impfen und vor allem mit welchem Ziel? Der Ursprung liegt bei Napoleon. Er wollte eine Auslese erhalten. Sogar bei denjenigen, die eine Impfung unbeschadet überstanden hatten, eine höhere Position, zum Beispiel Militär. Zurück blieben jedoch Blinde, Taube, Gelähmte oder auch Tote. Dabei ist es sogar wichtig, gewisse Krankheiten durchzumachen, denn genau dadurch wird unser Körper stärker. Viele Krankheitsstatistiken haben zudem bewiesen, dass nicht die Massenimpfung zum Rückgang einer Krankheit führt, sondern zum Beispiel eine gesunde Ernährung und gute Hygiene. In der Schweiz gab es nie die Pockenepidemie. Ist es nicht erstaunlich, dass es genau dort keine Pockenimpfung gab? Impfstoffe enthalten Nervengifte, wie zum Beispiel Quecksilber und Formaldehyd. Übrigens wird Formaldehyd wegen der Vergiftungsgefahr in der Möbelherstellung verboten. Somit sind die Folgen von Impfungen nicht verwunderlich. Oft kommt es nach einer Impfung zu Allergien, Asthma, Autismus, körperliche oder geistige Behinderung oder zu auch einem plötzlichen Kindstod. Auch hier spielt das Geld leider eine große Rolle. So ist das Impfen für die Pharmaindustrie ein Milliardengeschäft. Impfungen sollen vor Epidemien schützen. Doch der erforderliche Antikörperspiegel in unserem Körper wird erst nach drei Wochen nach der Impfung erreicht. Zu diesem Zeitpunkt sind die Ausbrüche, Vermasern, Mumps und so weiter bereits abgeklungen. Damit ist die Impfung auch während einer Epidemie wertlos. Auch bei der Definition von Epidemien gibt es Unstimmigkeiten. So starben in der Schweiz 20 Menschen an der Schweinegrippe und bei einer saisonellen Grippe sterben jährlich 400 bis 1000 Menschen, ohne dass man hier von einer Epidemie spricht. Und trotz dieser wichtigen und erschütternden Fakten gibt es leider immer noch sehr viele Menschen, die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Unter anderem auch, weil sie denken, sie könnten eh nichts ändern. Doch wenn man nicht anfängt, dann kann man niemals etwas bewegen. So werde du aktiv und informiere deine Familie und dein Umfeld. Ganz besonders auch die Familien, die vor der Entscheidung stehen, impfen ja oder impfen nein. Aber natürlich auch die Jugendlichen in unserem Alter, die zur Auffrischungsimpfung müssen. Bist du dabei? Cool, wenn ich dich im Team begrüßen darf und du uns hilfst, diese Information zu verbreiten. Ich freue mich schon, dich demnächst hier auf JugendTV wieder begrüßen zu dürfen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020